Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Illusion of Time. Wir befinden uns nun in der Pyramide, dem längsten und auch gleichzeitig dem schwersten Dungeon des Spiels. In diesem Raum gibt es nur zwei Gegner, aber es wird noch viel nerviger. Nun bekommen wir unsere dritte Verwandlung, Shadow, den Schattenkrieger. Der kann eigentlich nicht viel, um genau zu sein. Er kann nur angreifen und die Aura benutzen, was die anderen beiden Will und Frieden allerdings nicht können. Ich bin aber nicht nur durch die Reise, durch den Angkor Wat, stärker geworden. Ich bin das ganze Spiel über stärker geworden. Mit der Aura können wir an bestimmten Stellen herunterfließen. Dort oben müssen wir dann später die Steintafeln einsetzen. Das ist die Aura. Mit ihr kann man sich auch unverwundbar machen. Hier in diesem kleinen, leeren Raum ist ein rotes Juwel versteckt. Wir benutzen es erst da unten. Dann müssen wir nicht dauernd aufs Menü gehen. Ich kann mir wohl auch leider nie merken, welche Verwandlung ich jetzt brauche. In welchem Korridor. Ich meine, wir bräuchten zuerst Will. Dieser Dungeon ist echt groß. Er hat auch noch gute fünf weitere Parts in Anspruch genommen. Ab hier ist auch wieder eine ganz eigene Dungeon Musik zu hören. Man kann die Laserstrahlen nicht abwehren. Diese Vogelkrieger rücken mir immer ganz schön auf die Pelle. Sie können meine Angriffe auch abwehren, wie ihr sehen könnt. Diesen Gegner nenne ich Mystic Orb. Falls euch ein besserer Name einfällt, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ja, meine Vermutung war auch richtig froh. Boah, was hat der denn da gemacht? Freedom und Shadow würden hier nicht weiterkommen. Ja, dann müssen wir uns noch einmal aufladen. So viele Abzweigungen immer. Ich finde sowas ätzend. Die sind aber auch irgendwie flüssig wie Wasser. Ich glaube, die hinterlassen immer mittelgroße Juwelen. Man weiß nie, auf welcher Höhe sie sich gerade befinden. Jeder Korridor besteht aus zwei Räumen, außer der vierte oder der fünfte. Einer besteht aus drei Räumen. Eine ganze Armee von diesen Dingern. Hier gibt es übrigens auch wieder einen Boss. Oh, das war ganz schön hoch. Zum Glück konnte ich noch an dem Typen vorbei wirbeln. Ich hasse das, wenn man auf diese Mystic Ops zurennen muss. Die haben auch einiges an Ausdauer. Ich muss sie viermal treffen. Aber das wird sich ändern, wenn sich meine Stärke noch einmal erhöht. Da haben wir auch schon die Äste der Hieroglyphen-Schaffeln gefunden. Ich werde sie aber jetzt schon einsetzen, damit ich wieder Platz in meinem Inventar habe. Ich bin einfach zu gut. Ich muss niemals Heilkräuter aufbrauchen. Aber wie ich auch schon sagte, die Reihenfolge ist ganz leicht zu merken. Ich werde als nächstes in den zweiten Korridor von links gehen. Und die Steintafeln, die wir da finden, müssen wir dann rechts daneben einsetzen. Ach, das nervt aber, dass ich mich immer in Shadow verwandeln muss, um da runter zu kommen. Es wäre nett, wenn die Teleporter mich da unten absetzen würden. Obwohl, dann würde ich auch nicht mehr so leicht hochkommen. Dann müsste es noch einen anderen geben. Wozu haben wir immer die schöne Vorspultaste? Ich meine, in diesem Korridor können wir nur mit Shadow ans Ende kommen. Shadow verursacht noch einen Punkt mehr Schaden als Frieden. Und hat er eigentlich noch etwas mehr Reichweite? Oder bilde ich mir das nur ein? Schwer zu vergleichen. An den Stellen, wo man in der Wand die Steine sieht. Da kann man sich immer mit der Aura herunterschwabbeln lassen. Irgendeine Person aus der Wüstenstadt Dao erzählt, dass diese Pyramide aus tonnenschweren Steinen gebaut wurde. Seltsam, dass sie nicht im Sand versinkt. Ich hoffe, es ist auch unterhaltsam, was ich erzähle. Es gibt in diesem Dungeon auch noch einen Gegner, der anfangs unsichtbar ist. Scheiße. Jetzt mit Shadow komme ich nicht so leicht an dem vorbei. Hau ab, ey! Komm, noch einmal treffen. Ah, jetzt hat er so früh losgestochen. Oh, das war knapp. Und mit was werden wir belohnt? Ah, neuer Abwehrkraft. Ich wollte aber auch noch mal einen Schnitt machen. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.